So Leute, hier ist einfach nur so viel Schnee noch im Wald überall. Ja, das ist echt cool. Hier alles voll. Hey, wer ist denn da? Das ist doch nicht wahr jetzt. Shit, ich bin gerade mit dem Fuß eingebrochen. Ah nein, ich habe gerade was gesehen. Ach, das kam gerade ungelegen. Ich habe jemanden nicht entdeckt. Ah, Frosty ist hier. Ich glaube, ich spinne. Wieso muss er sich ausgerechnet diese Stelle hier suchen? Naja, das war eh schon meine Vermutung, dass ich den hier noch treffe. Na, Frosty. Ja, ihr habt es eh schon vermutet. Und da ist er. Und ich habe natürlich was mitgebracht. Da. So, fangen wir einfach mal an. Mal sehen, was er heute dazu sagt. Ja, es funktioniert natürlich super. Naja, natürlich musste mein Feuerzeug nass werden. Nämlich halt das hier. Vielleicht wird es noch besser. Ja, es funktioniert. Ja, Frosty sieht schon ein bisschen verfärbt aus. Das war ein bisschen heftig. Ach komm, machen wir das mal so hier. Natürlich bei Waldbrandstufe 0, wie man erkennen kann. So, und das. So. Das ist natürlich dann, damit es nicht so gut gehört wird. So, zum Abschluss natürlich wieder eine von Dejan Pyrus Farbrauchbällen. Heute in blau. Wenn es funktionieren würde. Blau? Ich sehe kein Blau. Hä? Okay, irgendetwas stimmt nicht. Okay, jetzt war kein Blau in der blauen Kugel drin. Naja, wieder was dazugelernt. Aber sehr interessantes Zeug. Dann, ähm, ja. Viel Spaß noch bei weiteren Videos. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.